Ich weiß ja jetzt die Routen, ich weiß ja jetzt wie ich fahren muss. Jetzt haben wir das gekotscht halt nochmal. Na gut, neu starten. Darf ich ab hier nochmal neu machen? Ja okay, gut. Ich hab gedacht, ich muss dann... Okay, bei Nahumfällen lassen wir jetzt mal weg. Okay. Na gut, ich weiß jetzt schon mal, wie wir fahren müssen. Ich glaube, ich fahre die in einer anderen Reihenfolge ab. Oder? Ich glaube schon. Ja, ich glaube es macht mehr Sinn. Okay. Sorry, dass wir es gerade nochmal neu probieren müssen. Aber es ist schon tricky, weil wir haben auf jeden Fall nicht so viel Zeit. Ich will gerade, wie fahren wir das am klügsten? Wir fahren jetzt mal wieder zu dem einen. Das macht auf jeden Fall als erstes Sinn. So, probieren wir den ganzen Mist nochmal. Ist auf jeden Fall tricky. Also wir haben nicht so viel Zeit auf jeden Fall. Aber schön, dass man so rausfindet, wer jetzt hier alles bestochen wird von denen, ey. Alter Verwalter. Das ist schon übel. Das ist schon... Das ist schon echt übel gerade hier. Damit hätte ich nicht gerechnet. Können wir doch erst das fallen. Wir holen jetzt mal das. Genau. Nun ist das, dann holen wir das drüben in dem Kreisverkehr, in dem Wendehammer. Navarro, gibt's Neues zum Morgen? Kümmern Sie sich um die Casinos. Ich übernehme die Straßen. Ich kümmere mich um das, was nötig ist. Und Sie gibt mir keine Befehle. Natürlich. Gib dem Befehl. Skyhammer ist... ... ...